Für dich, Kamerad! Erste Hilfe! Erste Hilfe! Greif zu, Mann! We have taken Objective Charlie. Erste Hilfe! Greif zu! Hier! Erste Hilfe! Erste Hilfe! Objective, Duff! Bist du verletzt? Hier! Erste Hilfe für dich! Ballat ist raus! Kämpfer runter! Ich helf dir! noch jemand erste hilfe hier erste hilfe da bekommst du auf die beine erste hilfe ich hoffe das zeug nutzt was erste hilfe nehmt schon hier erste hilfe für dich We have taken Objective Duff. Damit kommst du auf die Beine. Erste Hilfe! Nimm's schon! Erste Hilfe! Erste Hilfe! Erste Hilfe! Erste Hilfe! Greif zu! Erste Hilfe! Nimm's schon! Erste Hilfe! Erste Hilfe! Erste Hilfe! Soll ich mir die Wunde mal ansehen? Erste Hilfe! Erste Hilfe! Erste Hilfe! Erste Hilfe! Erste Hilfe! Atem Erste Hilfe, greift zu! Tausend Dank! Erste Hilfe! Aufge罐, erste Hilfe! Erste Hilfe! Objektiv Apples. The enemy has defused Objektiv Apples. We have armed Objektiv Apples. The enemy has defused Objektiv Apples. We have armed Objektiv Apples. We have taken out Objektiv Apples. Erste Hilfe, nimm schon! Ich flicke dich zusammen. Hier, man. Erste Hilfe. Heid. Get yok. Return to the combat area. Erste Hilfe! Ich hoffe, das Zeugnetzt was. Capture Objective Edward. Hier! Erste Hilfe! Hier! Erste Hilfe! Granate ist raus! Zug! Für dich, Kamerad! Erste Hilfe! 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 Braucht jemand erste Hilfe? Ich darf eine Granate auf! Das heißt, ich habe einen Schwerst und nicht verreicht. Ich habe einen Schwerst und einen Schwerst. Bis zum nächsten Mal, du 한st gar nicht mehr so klein. Ich habe eine Schwerst. Hier, Mann. Erste Hilfe. Hier, erste... Lass mich deine Wunden versorgen. Erste Hilfe, Lipschon! The enemy has defused objective butter. Erste Hilfe, Lipschon! Erste Hilfe, Lipschon! Erste Hilfe! Erste Hilfe, Lipschon! Hier! Erste Hilfe für dich! Du bist verletzt! Ich kann dir helfen! Erste Hilfe! Greif zu, Mann! Hanna, hör auf! Hoch, hoch, hoch! Bezahlung! Gott, jemand! Erste Hilfe, Lipschon! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020